Jetzt geht es Los Mit dem Video Viel Spaß Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal Mama, ich bin so aufgeregt und kann nicht einschlafen Marlene, sei nicht so aufgeregt Das wird super morgen Ich bin wach Ich muss gestern doch noch eingeschlafen sein Ich bin angezogen Und im Bad fertig Und der Schulranzen ist gepackt Es kann losgehen Ich gehe jetzt los zur Schule Wir sehen uns ja gleich Tschüss Ella, habe einen schönen Schultag Danke, tschüss Wir müssen jetzt auch los Macht euch fertig Marlene, hier ist deine Schultüte Wir machen noch ein Foto von dir Und der Schultüte vor der Haustüre Marlene Ich freue mich ja so Liebe Eltern und liebe Schüler Jetzt führen ihnen die Viertklässler einen Tanz vor Da ist Ella Jetzt rufen die Klassenlehrer Die Namen ihrer Schüler auf Jonte Schäfer Marlene Schmuckkörbchen Das bin ja ich Ja, nun gehe ich schon Steffi und Sunna Fichte Adrian und Alma Sonnenbraut Nun gehen die Klassen in ihre Klassenräume Die Eltern können gerne mitkommen Steffi und Sunna, sitzt ihr zusammen? Ja Okay, dann setze ich mich neben Alma Hallo Alma, kann ich mich neben dich setzen? Klar, gerne Marlene Nun bitte ich die Eltern Das Klassenzimmer zu verlassen Und draußen zu warten Nun spielen wir ein Kennenlernenspiel In dem wir sagen, wie wir heißen Wie alt wir sind Und was wir gerne machen Hallo, ich bin Jonte Schäfer Ich bin sechs Jahre alt Und ich habe eine kleine Schwester Namens Juna Hallo, ich bin Marlene Schmuckkörbchen Ich bin sechs Jahre alt Ich habe sechs Geschwister Und bei sieben Baby sieben Wächst in Mamas Bauch Ich bin von Geburt an Autistin Und brauche viel Ruhe Ich habe auch eine Schulbegleiterin Mina heißt sie Sie sitzt neben mir Super, ich teile euch jetzt die Stundenpläne aus Als Hausaufgabe malt ihr bitte ein Bild von eurer Schultüte Und jetzt habt ihr Schulschluss Hallo Mama Hallo Marlene Können los nach Hause Hallo Paula Alles ist gut gelaufen Super, das freut mich Treffen wir uns am Montag um 7.50 Uhr am Eingang Okay, das machen wir so 7.50 Uhr hier am Eingang Tschüss, bis Montag Marlene Ja, bis Montag Tschüss Mina Jetzt darf ich endlich meine Schultüte aufmachen Was da alles drin ist, wie cool Schade, dass es so eine Schultüte nur am ersten Schultag gibt Marlene Alles Gute zur Einschulung Das ist für dich Marlene Alles Gute zur Einschulung Das ist für dich Danke, danke Das ist echt lieb von euch Hallo zusammen Das war es schon mit dem Video Ich hoffe es hat euch gefallen Hurra Jetzt ist Marlene ein Schulkind Wir sehen uns nächste Woche Bei einem neuen Video Tschüss Hat euch Das Video Gefallen? Dann gebt uns einen Damen nach oben Und lasst uns ein Abo da Bis jetzt Bis dann! Bis zum nächsten Mal.